Shiva, hast du das Level von deinem Sohn eingeschickt? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Genau. So. Ipke musste bestraft werden. Okay. Nilo, wir kommen ins Stream. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und Peter ist der Erste. So, 36G. Das ist Fett Mario, ein Level von mir, aber spiel bitte als Mario viel Spaß mit deinem Level. Äh, mit meinem Level deinem Peter. Fett Mario. All right. Das soll ein schwieriges Level sein. Na super. Okay. Oh nein, das geht direkt mit dem P-Ballon weiter. Das meinst du mit Fett. Na gut. Aber es ist nur Angry Bird. Ähm, das ist nur Flappy Bird. Das geht noch. Das ist nur Flappy Bird. Das geht noch. Weltrekord eine Minute zehn. Na denn. Geh oben lang. So. Wow, das war knapp. Shiva, hast du das Level von deinem Sohn eingeschickt? Das ist nur Flappy Bird. Dou pm schießt. Du, 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 du. Du, 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 du. Let's playuszau street. So, Achtung. Bin ich durch? Nein, natürlich nicht. Ah, das ist ja. Thanks. Thanks for playing. So, welche Röhre kann ich rein? So, welche Röhre kann ich rein? Wird wahrscheinlich sowieso die letzte sein, oder? Ja, dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Ich will noch was zu essen machen, aber mein Level auf keinen Fall verpassen. Ich will noch was zu essen machen.